So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Code Vein auf dem gemütlichen Sofa neben Luis, der ein bisschen ausdruckslos in die Gegend starrt und nicht blinzelt. Ne, tats... ah doch, jetzt, alles gut. Okay, in der letzten Folge haben wir weiter die Tiefen erkundet und uns über diverse Leute, die sich Boss schimpfen, lustig gemacht. Aber Marcel Davies hat noch eine weitere Karte für uns, die uns noch fehlt. Wir haben die Höhle der Toten und die finstere Höhle abgeschlossen und uns fehlt noch Sakrificium. Ja, das habe ich, glaube ich, richtig ausgesprochen. Sakrificium statt. Und die anderen beiden haben wir fertig, die Rostklippen haben wir vorletzte Folge gemacht. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Ja, wenn die genauso, ähm, gefährlich sind wie die letzten beiden Höhlen, in die du mich geschickt hast, dann, äh... Ne, ich kann mich da hinstellen und AFK gehen und wenn ich wieder da bin, haben mich die Gegner immer noch nicht geschafft, tot zu prügeln. Also... Wobei, es ist die dritte, die zweite war ja schon mal ein bisschen härter als die, obwohl eigentlich auch nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Bisher sind die Höhlen ein einziger Witz gewesen. So. Immerhin, das ist hier schön hell. Okay. Ich tippe mal, wir brauchen drei Schlüssel. Ja. Machen wir rechts nach links und fangen hier an. Das ist auf jeden Fall einer. Ich sehe Hunde. Ah, die sogar zwei Schlüssel brauchen. Ja, eventuell könnte dieses Gebiet härtert sein. Und die Hunde nehme ich trotzdem sehr gerne aus der Entfernung hoch. Tja, da bist du. Tja, da bist du. So. Erstmal sicherstellen, dass uns keiner in den Rücken fällt. Und ja, diese Gegner sind definitiv härter. Hallo. Oh. Sieht man schon daran, dass Ette hier Schlüssel 1 nicht mehr mit einem, äh, nicht mit einem Blitz stirbt. Okay, sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich dann jetzt ein bisschen vorsichtiger bin. Noch haben wir keinen Schaden erlitten, aber ich befürchte, dass diese Gegner tatsächlich in der Lage sind, mir Schaden zu machen. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Dann sollte ich die Bosse jetzt auch ein bisschen vorsichtiger angehen und nicht mein ganzes, äh, Zeug vorher verschwenden. So. Pauli, Mist, äh, reinigen. Aha. So. Naja. Sie macht auch nicht so viel Schaden. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen härter. Hier waren einiges an Hundis drin. Und die Hundis sind echt unangenehm. So, kurz mal Ausdauer regenerieren. Ich, das ist ein, das ist ein Angriff, wo, äh, mit den ganzen Projektilen, die erst an der Stelle schweben und dann einzeln losfliegen, ist auf jeden Fall ziemlich geil. Sofern der Gegner nicht zu schnell ist. Wenn der schnell weghopst, die fliegen ja vordefiniert in eine Richtung. Und wenn der dann plötzlich dahinter steht, dann, äh, bringt mir das Ganze nichts mehr. Ähm, ich muss mich nicht hinsetzen. So. Wer hat da hinter mir? Du Sau. Ich schieße auf jemand anderen. Das hat wehgetan. Den Typen da in dem Gebüsch habe ich echt nicht gesehen. Du hast euch ein gutes Versteck gesucht. Ja, du schläfst tatsächlich. Also, schläfst. Ähm, ich glaube, er ist tot. Ei. So. Na, guck mal, da... Die Hundis treten doch immer im Zweierpack auf. Wo ist der andere? Aber... Na, wir sollten uns erstmal um... ... ihn hier kümmern. Zack. Ich glaube, wir haben hinter uns auch noch wen getriggert. Wie viel Loot hier liegt. Dolch. Verlustsplitter. Altertümliches Metall. Oh, das ist ein schönes Ding, Schlüssel zwei. Na. Okay. Außer, ähm... ... sind die Verlorenen eingefallen. Außer, äh, 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 äh. So. Okay, ich hab... Das war die falsche Fähigkeit. Mehr sollte ich allerdings nicht verbrauchen von meinem... ... komischen Tanztypen. Der Typ wirft mir eindeutig zu viele Messer da hinten. Deswegen hab ich den im Fernkampf kaputt gehauen. Irgendwie werden die ihre... ... ihre Angriffe daneben hauen. Hör auf, rumzutanzen. Mein Gott. Oh. Big Mama ist da. Aber die wird sterben. Diese komischen Kickbox-Typen, wenn sie daneben hauen... ... die sind gut im Ausweichen... ... und machen extrem viel Schaden... ... und sehr, sehr viel Kombo auch. Aber wir haben wieder so eine Puppe bekommen. Aber wenn sie einmal... ... einen Angriff... ... wenn man einmal einen Angriff ausweicht... ... dann liegen sie auf dem Boden. Das war verdammt viel Loot. Nichts Wertvolles... ... aber immerhin. Und uns fehlt immer noch der... ... Überrest. Der Hermes-Überrest. Ist der nicht hier irgendwo? Ich bin bereit. So. Erstmal... ... möchte ich gerne den da töten. Keine Lust von hinten angegriffen zu werden. Weil die leben ja alle gar nicht mehr hier. Sind aber so komisch weiß umrandet. Da ist der Boss. Glaubt ja nicht. Ich hätte das nicht gesehen. Er stirbt und wir bekommen... ... Bart-Axt-Talente. Aha. Was auch immer das ist. So. Hier haben wir... ... eine weitere Mistel. ... und hier haben wir... ... einen weiteren Boss. So. Wann habe ich die Waffe gewechselt? Und... ... ähm... ... tschüss. Königinnen Eisen. Wir bekommen ganz gut Königinnen Eisen hier. Das ist auf jeden Fall... ... sehr, sehr nett. Diese kleinen... ... Elektrokugeln sind richtig geil. Wollen wir mal die Schaden machen. Also ich muss die casten... ... und danach machen die Schaden... ... auch wenn ich... ... während ich weiterkämpfe. ... das ist... ... besonders wertvoll. So. Ja, wir haben hier aber auch... ... alles erkundet. Machen wir halt ein bisschen Sorgen... ... dass wir noch... ... äh... ... keine weiteren Hermes-Überreste... ... gesehen haben. In den ersten beiden Gebieten... ... haben wir jeweils einen gefunden... ... aber... ... im letzten nicht... ... das wir gemacht haben... ... und in dem jetzt hier auch noch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht... ... vier Gebiete, vier Hermes-Überreste... ... vier, um das zu verfolgen... ... vollständigen. Das passt. So. Ich mag die Hunde nicht... ... deswegen müssen die als erstes sterben. Ich versuche halt nicht mal... ... wirklich richtig auszuweichen. ... ... Verwecker... ... Verlustsplitter... ... so viel gutes Zeug. Das sieht aus, als würde es da weitergehen... ... also gehen wir erst mal... ... hier entlang. Wo kommt der her? Hm. Haben wir irgendwo übersehen? Ah, guck mal. Ein Äffchen. Die sind auch immer... ... in Zweier-Packs... ... mindestens unterwegs. Oder zu noch mehr. ... so. Zack. Schlüssel 3. Ich finde es interessant, dass man die Schlüssel... ... äh... ... bekommt... ... bevor man den Boss gemacht hat. Ich hätte gedacht, man bekommt den immer... ... beim Boss. Hm. Weile dich mal ein bisschen. Das Gebiet hier ist richtig voll mit Gegnern. ... aber halt alles... ... keine Gegner, die irgendwie... ... so einen Kasten hätten. Außer die Dicken. Und die Kickboxer. Ein Backstep. Au. Das Gebiet hier scheint ein bisschen... ... größer zu sein, irgendwie, ne? Da geht's zum Boss. Das heißt... ... wir kümmern uns erst mal... ... um Fatty McFetfet da hinten. So. So. Hier ist ein Kampf, das sieht interessant. Aua. Scheiß Hunde. Ich hasse euch. Wäre der Hund mir nicht dazwischen gegangen... ... dann wäre das richtig gut geworden. So. Einmal heilen. Schließlich haben wir einen Boss vor uns. ... ein Dolch. Aber immer noch kein... ... ähm... ... weiterer Hermes-Splitter, ne? Hm. Vielleicht gibt es hier auch keine. Wir wissen es ja nicht. Sind das echt nur die beiden Deppen? Scheinbar ja. Also das... ... also jetzt... ... jetzt fühle ich mich ein bisschen beleidigt. Also das... ... das ist schon... ... das ist schon ein bisschen eine Beleidigung. Ah ja, doch. Wir haben da ein Gebiet noch nicht erkundet. Einen Seitenarm. Vielleicht finden wir da... ... wenn wir da den Hermes-Splitter finden... ... wobei es müsste, wenn... ... wenn es nicht B ist... ... dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß... ... dass wir in dem anderen Gebiet etwas übersehen haben. Dann müssen wir da nochmal hin. So. Genau. Hier waren wir noch. Ah ja. ... da ist ein Hermes-Splitter. Schon wieder? Aua. 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 ... ich bin im Stun-Lock. ... ich bin im Stun-Lock. Okay. Alle abgeballert. Jetzt haben wir Hundis. Aua. 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 Ich bin... ... gestunnt. Aua. Aua. Uh. So Hunde sind echt das Schlimmste... ... was jemals erfunden wurde. So, das ist wieder so ein Kickboxer. So, stirb. Kann mich auch nochmal heilen, wenn wir gerade dabei sind. Irgendwer fehlt. Ah. Ich glaube, ich weiß, wer fehlt. Das wäre fast schief gegangen. Abendrotschwert, Verlustsplitter. Also, der Hundestun vor dem Kickbox-Typ, das war echt unangenehm. Er wäre gerade nochmal weggekommen. Hermes Überrest B. Okay, das heißt, in der anderen Höhle gab es wahrscheinlich nichts. Hm. Interesting. Ich glaube, jetzt fehlt uns noch ein Hermes Überrest. Aber dafür haben wir noch keine Karte. So. Mal kurz ausruhen. Und dann können wir uns um den Boss kümmern. Bitte lass keine Hunde da sein. Ähm. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ein reales Ding. So. Dann hauen wir direkt mal alles rein, was wir können. Jetzt ist der schon wieder. So. Der war im Original auch schon mixed. Extrem unangenehm. Aua, 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 aua. Okay. Puh. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich dem am Anfang richtig gut Schaden mit meinen Fähigkeiten gedrückt habe. Gift ist kacke. Okay, das war... ...ne Stufe härter. Zweimal fast gestorben. Ich glaube, ich sollte jetzt langsam die Klappe halten. Die Tiefen... Ich glaube, die Fun-Tiefen sind vorbei. Holy Hell. Zurück zur Basis. Ich glaube, wir haben alles. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da plötzlich der... Oh nein. Das heißt, da kann jeder Boss nochmal auftauchen. Nein. Dann kriegen wir vielleicht irgendwann nochmal den goldenen Ritter. Nicht nochmal. Ich will nicht wieder gegen ihn kämpfen. Das erste Mal war schon erniedrigend. Wobei, ich weiß jetzt ja, wie er funktioniert, ne? Der Schmetterling war aber auch schwächer als das... Auch, glaube ich zumindest. Ich meine, ich war da ja damals ja auch noch schwächer. Ja, also... Vielleicht war der ja sogar stärker. Wer weiß. Ich weiß halt nicht, wann ich theoretisch in die Karte schon hätte reingehen können. Ob ich das schon länger kann oder noch nicht. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir die Karte nicht erlangen haben. Die Basis. Ja, ja. So, ich glaube, uns fehlt noch ein Hermes-Überrest. Ich würde gerne warten, bis wir alle Überreste haben. A, B, ja genau. C fehlt nämlich noch. D haben wir schon. Durch diese Extra-Karte. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir warten, dass wir die drei hintereinander machen können. Dann hat man die Geschichte in einem ganzen Block. Eos-Überrest, den werden wir uns ja demnächst, also wahrscheinlich, eventuell schon in der nächsten Folge holen und angucken können. Wir haben ja noch einiges zu tun. Ich frage mich gerade, habe ich hier die Möglichkeit... Ähm... Kann ich irgendwo einsehen, was ich für Aufträge habe? Werte, Inventar... Was sind die Geschenke? Kann ich... Nee, ich glaube, ich kann das nicht einsehen. Ich muss mir das tatsächlich merken, was ich machen soll. Wir haben auf jeden Fall... Weiß nicht, ob wir in den Untergrund-Ruinen schon fertig sind. Ähm... Ich werde zur nächsten Folge mal ein bisschen die Gebiete durchreisen und gucken, ob ich irgendwo noch neue Quests sehe, die wir machen können. Hier, äh... Weiß ich... Also hier wissen wir ja noch, was uns fehlt. Hier fehlt uns noch ein, äh... Splitter. Einen, einen Splitter von... Na... Von Mias Bruder. Das ist das letzte Gebiet. Vielleicht gibt es den Flammen. Ich gucke mal ein bisschen rum, äh... Ob wir, äh... Die Anfangsgebiete durch, wo wir jetzt überall noch, äh... Missionen haben, die wir machen können. Das Eisgebiet machen wir als letztes, weil da geht es weiter. Ja, da würde ich sagen, Plan für nächste Folge steht und, äh... Uns bleibt nur abzuwarten, bis, äh... Davies eine neue Karte für uns hat oder bis wir irgendwo eine neue Karte von irgendeiner Quest bekommen, die uns dann ermöglicht, äh, ihn zu vervollständigen. Dann würde ich aber sagen, für diese Folge soll es genug sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.